Hallo ihr Lieben, es ist der Wette Milly, Hello Dears, ich zeichne heute eine Edelrose und zwar eine David Osten Rose, also etwas absolut Romantisches und ich versuche vielleicht so ein paar Tipps zu geben, ob es mir gelingt weiß ich nicht, aber auf jeden Fall werde ich ein bisschen kommentieren und mein Zeichnen zu begleiten, also wie gewohnt fange ich an mit einem Polychromusstift und zwar mit dem Carmin Rose, das passt gleich dazu und ich mache es nicht mit Bleistift, ihr wisst ja, weil diese Rose, die ich jetzt zeichne, die ist nämlich auch rosa, also so ein sehr helles Rosa und also ein Bleistift würde das gleich so ergrauen, außer ich würde sie in grau machen, aber das will ich nicht, also ich will die Rose auf jeden Fall in Rosé halten. Was ich jetzt gemacht habe, ist, ich habe mir dann die Mitte ausgesucht und was bei der Rose jetzt, bei so einer Rose, das ist eine Edelrose mit sehr vielen Blättern. Es gibt Rosen, die haben weniger Blättern, solche möchte ich auch zeichnen, aber bei dieser, also ich musste mit einer anfangen, die ich absolut wahnsinnig schön finde und diese hat eben sehr viele Blätter, das ist so eine alte englische Rose, also wirklich so Edelrose und die wird auch sehr oft gezeichnet und gemalt für verschiedene Muster, zum Beispiel für Porzellan, für alte Tapeten, überhaupt für Gemälde, also Kunstgemälde und ich habe schon mal eine gezeichnet, die habe ich zusammen mit meinem Sohn gezeichnet, das war eine super Sache, ich verlinke euch oben das Video, also das heißt Rosen zeichnen ist im Prinzip auf diesem Kanal jetzt nicht neu, aber ich habe mir das auch so vorgenommen, ich wollte unbedingt nochmal eine zeichnen und zwar eine andere, also eine Rosarose, also eine Edelrose und ja, was mache ich hier jetzt, also im Prinzip habe ich mir die Mitte ausgesucht, das würde ich auch machen, ihr sucht euch die Mitte an und fängt ganz fein an, einfach jedes Blatt nacheinander, das Witzige an diesen Rosen ist, dass man eigentlich überhaupt nicht so genau abmalen muss, sondern man muss das Prinzip verstehen, wenn man das Prinzip der Rose verstanden hat, dann kann man Rosen malen und diese Rose ist eher rund, sie ist eher, wie soll ich sagen, in sich gedreht und die Blätter, also erst so die äußeren fallen so auseinander, also gehen so raus, ich weiß nicht, ob ich das gut erklärt habe und ja, also im Prinzip ist diese Rose überhaupt nicht kompliziert und das Schöne an ihr ist, man kann hier und da mal ein paar Blätter erfinden, also man muss sie nicht so komplett abzeichnen, wie sie da steht, sondern man kann ja also mehrere Rosen aus der gleichen Art natürlich nehmen und sie so zeichnen. Was ich auch noch machen will, ist hier oben, da ziehe ich das so ein bisschen runter, hier oben nochmal eine Knospe zu machen, und zwar in rosa, wobei die Knospe in grün ist, also sie ist außen grün und innen sieht man so ganz leicht dieses Rosa, aber wie ihr seht, ist meine Vorzeichnung auch in rosa, bis auf die nächsten Blätter, bis auf die nächsten Blätter, also da nehme ich jetzt so ein, was ist das, Grün Erde, also so ein warmes Grün, Mischgrün würde ich sagen, und hier wird meine rosa Knospe sein, weil wenn man Rosen zeichnet, finde ich, gehört immer irgendwie die Knospe dazu, weil eine Rose hat ja eine Entwicklung, also sie kommt von der Knospe praktisch und blüht auf und bis zum Verblühen sind es mehrere Phasen, wo sie einfach wunderschön ist und alle diese Phasen möchte ich im Prinzip darstellen und diese Schönheit, die sie hat, einfach in einem Bild darstellen, also diese Phasen praktisch, einmal in ihrer vollen Blüte und einmal als Knospe, genau. Ja, und was machen wir jetzt? Also wir fangen innen an, also da wo wir die Mitte hatten, fangen wir an mit dem rosa, also mit dem pink praktisch, weil sie hier innen absolut hell ist. ähm, was heißt absolut hell? Also sie ist hier sehr kontrastreich, das heißt in der Mitte ist es noch eher pink, rosig und nach außen wird es sehr hell. und ich mische hier 10er color rosa, muss ich aber ein bisschen besser spitzen, mit pink vom Polychromos und denke, dass das so am besten zusammen darzustellen ist. genau, und ihr müsst euch in der Mitte sehr viel Zeit lassen, das ist ja im Prinzip so wie bei den Tieren und bei Menschen, ich finde die Mitte ist das Gesicht der Rose, wenn das fein genug ist, kann man danach die Blätter außenrum als Krone, praktisch als Fell, das ist jetzt schwierig, aber die Blätter sind dann diese, dieser Mantel, diese Umrandung. und lasst euch schön Zeit, äh, je nachdem wie die Mitte eurer Rose ist, manchmal ist die Mitte sehr schön gedreht, also einfach, ähm, wie so eine Spirale, das finde ich auch sehr hübsch, meine ist jetzt, äh, nicht so, die, da sind einfach sehr viele Schichten nebeneinander, und die muss man einfach so ausarbeiten, da wo es hell ist, hell lassen, und da wo es dunkel ist, und das müsst ihr so durchziehen, einfach in der Mitte schön drehen, das habe ich auch schon mal in meinem Video gezeigt, einfach schön drehen, und in der Mitte ruhig mit diesem pinkfarbenen Stift bleiben, das müsste gut funktionieren, und teilweise auch weiß lassen, also nicht alles komplett zumalen und ausmalen, sondern auch mal was helleres lassen, jetzt ist mein Stift leider zerbrochen, genau, und immer weiter drehen, also in dem Moment, wo ihr merkt, okay, hier ist es nicht mehr so pink, dann einfach mit dem rosa weitermachen, ich werde versuchen, hier nicht zu viele Stifte zu benutzen, aber mal gucken, also es kann sein, dass ich auch mal in weiß nehmen muss, und immer schön mit Verlauf, also wenn ihr irgendwo in einer Ecke anfängt, niemals so durchziehen, sondern immer schön mit Verlauf weiterarbeiten, gerade in der Mitte kommt man auch wahnsinnig durcheinander, welches Blatt wohin, was gehört da dazu, aber das ist, das verzeiht euch die Rose, da ist sie nicht so pingelig, Hauptsache sie sieht zum Schluss schön aus, und immer schön mit Verlauf arbeiten, kein einziges rosa Blatt verläuft von Anfang bis zum Ende gleich, und lieber Richtung Weiß, und deshalb habe ich mir also lieber Richtung Weiß gehen, als jetzt irgendwie von Pink nach Rosa und dann das Weiße zumalen. genau, so macht ihr diese Blätter nacheinander, das ist halt, ich finde das ist eine sehr schöne Sache, wenn man meditieren möchte, ich weiß nicht wer von euch, also ich meditiere nicht, ich zeichne, das ist schon immer so gewesen, ich brauche jetzt keine Ruhe-Pol oder irgendwie wo ich zur Ruhe komme, sondern ich zeichne dann, und ich finde gerade Blumen eignen sich unglaublich dazu, also wenn man Lust hat, einfach runter zu kommen, von der Arbeit, irgendwie Stress abbauen, nehmt euch eine Blume und malt sie einfach aus, oder ab. Das beruhigt, und das ist einfach schön, das ist eine richtige Schönheit, das ist Natur, auch für Jungs und für Männer eignet sich das gut, ich finde, ich finde oft sind so Leute, die so Gärtner sind, oder sehr ruhige Menschen, weil sie die Schönheit im Prinzip für sich entdeckt haben, und es auch so zelebrieren, und die stressen sich nicht. Und sowas finde ich wunderschön, und deshalb wollte ich auch diese Blume malen, und eventuell mache ich auch wieder ein Projekt draus, mal gucken wie, ob verschiedene Blumen oder verschiedene Rosen, das muss ich überlegen. Das mache ich jetzt wirklich nach Lust und Laune. Ihr seht, auf meinem Kanal mache ich vieles so wie es mir gefällt, und das liebe ich auch so, und weil das so gut ankommt, freue ich mich einfach. Danke an allen, die auch bei der Schmetterlings-Challenge so toll kommentiert haben. Also beim Schmetterlingsbild, danke euch. Das gibt mir wirklich super, super Feedback, und macht mich froh und positiv, auch für die späteren Zeichnungen. Also von daher kann ich einfach nur Danke sagen. Und es wird so auch weitergehen. Also ich bin da sehr optimistisch, was auch diesen Kanal betrifft. Er wächst. Danke an allen, die dazugekommen sind für meine Begriffe. Ich meine, das ist hier eine kleine Nische aus Zeichnern. Wir sind nicht die Masse. Wir sind hier schon, ich würde sagen, jetzt etwas Besonderes. Weil das einfach so ein Hobby ist, das Zeichnen, das eben nicht jeder mag und nicht jeder kann. Und wenn man aber Menschen gefunden hat, die das auch mögen, was man selber mag, dann ist es einfach etwas Besonderes. Also für uns hier, für unsere Community ist das etwas Besonderes. Und für so einen besonderen Wunsch, also für diese besondere Tätigkeit, oder wie soll ich das nennen, Hobby, Leidenschaft, für diese besondere Leidenschaft ist es eine super Sache, dass wir uns da jetzt so beschenken mit Aufmerksamkeit und mit Motivation und ja, und dass dieser Kanal wächst und dass die Leute einfach das gerne sehen, was da passiert. Das ist für mich natürlich wirklich ein Geschenk. Hätte ich mir so nicht erträumt, dass das so schön wird hier. Und so bedanke ich mich. Also ich versuche jetzt wirklich so schöne Zeichnungen wie möglich zu machen, auch Projekte zu machen, natürlich soweit es die Zeit zulässt. Also hier mache ich viel mit Verlauf. Ihr seht hier, das sind so kleine feine Verläufe, weil das Blatt hier größer ist, also mehr zu sehen. Und ich finde diese 10er Color Stifte, also diese, ich würde fast sagen so butterige, ja, das ist wie so eine Butter, die da drüber geschmiert wird nochmal. Das eignet sich super, finde ich, für diese Rosen. Also gefällt mir sehr gut. Ich wusste auch, dass die 10er Color Stifte für Blumenmalerei sehr schön sind, weil man kein Fell hat, also man muss nicht so spitz bleiben, sondern eher diese seidige. Ich denke, dass sie auch für Porträts sehr gut geeignet sind, für Hautzeichnen. Seht ihr, also das ist ein Verlauf, den kriegen die Polychromos nicht hin, weil die Polychromos einfach zu dick aufdrücken. Also wer jetzt gerne mit Blumenmalerei anfangen möchte, empfehle ich so kleine, also wirklich so kleine Portionen Polychromos, knackig, die wichtigsten Farben und eher 10er Color Stifte, weil die so schön butterig zeichnen. Ich weiß, dass es auch andere Gute gibt, also ich kenne auch die Städler, die haben wir auch zu Hause, aber ich werde auch immer mal unter den Videos gefragt, nach anderen Marken, also Prismacolor, glaube ich, hat jemand gefragt. Die kenne ich leider nicht. Vielleicht sind das super gute Stifte. Ich kenne sie nicht, habe ich noch nie damit gemalt oder zumindest nicht bewusst. Von daher probiert es einfach aus. Also wenn euch das Ergebnis gefällt, super. Wenn nicht, wenn irgendwie die Zeichnung doch nicht so schön wird und es an den Stiften liegt, also an den Farben, an der Zeichenqualität, dann müsst ihr vielleicht euch umschauen und einfach mal testen. Ich kann nur empfehlen, ich meine, hier wohnt alle woanders, aber ich weiß, in München beim Gaut Bullinger, also am Marienplatz, kann man reingehen und sich die Polychromos Stifte einzeln aussuchen. Also man muss jetzt nicht die Schachtel kaufen, die man irgendwie schon zusammengestellt bekommt, sondern man geht rein um und sucht sich die Stifte einzeln aus, so wie die einem gefallen. Und dann könnt ihr wirklich nur einzelne Farben für euch kaufen, also teure, und den Rest könnt ihr wirklich mit so billigeren auch mal so Kinderstifte, also nicht jetzt diese dicken, sondern einfach beim Schulbedarf Städler und wie die alle heißen, einfach mal die anderen ausprobieren. Das finde ich überhaupt nicht verwerflich. Ich habe schon oft auch mit billigen Stiften gezeichnet. Meine alten Videos sind sogar mit solchen, weil da wollte ich mir die Polychromos noch nicht kaufen. Also die waren aus einfach und da habe ich mir gedacht, ja, ich habe jetzt so Reste und weil ich nicht genau wusste, wie sich YouTube entwickelt, habe ich da wirklich mit so ganz billigen Stiften gezeichnet. Also so Schulbedarf Stifte und so weiter. So, hier ist diese Knospe und diese zarte Geschichte, die muss natürlich auch hin. Die Knospe an sich ist dunkler als die Rose, aber man muss jetzt nicht hier komplett dunkel werden. Genau, und hier außenrum bleiben wir aber sehr hell, also trotzdem die Blätter, die müssen zu sehen sein, aber möglichst hell bleiben. Und ich finde es schön, wenn man diesen Rand hier nicht sieht. Also das heißt vom Rand reinmalen und hier auch so reinmalen, sodass dieses Gewölbte ein bisschen zu sehen ist. Und möglichst zart bleiben. Also diese Rose ist wirklich edel, sie duftet wunderbar. Wir waren letztes Jahr in London, in, ach, wie hieß der Garten? Mary's? Mary's? Queen Mary's Rose Garden, glaube ich, hieß er. Queen Mary's Rose Garden, so Englisch. Also ich hoffe, er hieß wirklich so. Und da waren wir, also zusammen mit meinen Kindern und mit meinem Mann, und da waren diese wundervollen Rosen, also wirklich so Rosengärten. Und da habe ich so viele Fotos gemacht. Die Kinder haben mich ausgelacht, die Mama läuft die ganze Zeit knips, knips. Ich war so glücklich in diesem Rosengarten, diese Edelrosen. Es war, es hat geduftet, es war für mich tolles Wetter, also ich mag es leicht bewölkt. Ich weiß nicht, wie es euch geht, ich bin nicht so der Sonnenmensch. Ich mag es leicht bewölkt, also leicht so englisches Wetter, natürlich nicht so Sturm und Schnee, das auch nicht. Aber so bewölkt, aber relativ warm, so um die 20 Grad, und genau so war es da. Und diese Rosen und dieser Duft, das war so fantastisch. Und da habe ich ganz viele Fotos gemacht. Und da war auch diese Rose da. Diese rosa-farbene Edelrose. Ich habe mir jetzt die Namen nicht so gemerkt, aber da war sie. Und seitdem bin ich immer so am Suchen. Mein Garten ist zu klein leider für Rosen, also das werde ich leider nicht schaffen, dass ich da jetzt hier so... Aber es ist okay, wenn die Königinnen Rosen haben, die man bewundern darf. Ich glaube, da ist was drunter, meine Lieben. Ich zeichne hier auf etwas. Und da sehe ich hier, aha, so einen Abdruck. Seht ihr das noch? Ja. Also da war irgendwas drunter, und das hat mir jetzt ein bisschen so den Abdruck gemacht. Aber wie gesagt, das ist jetzt hier mehr oder weniger mein neues Projekt. Wie ich das genau weitermache, weiß ich nicht. Es ist mal wieder ohne Plan. Ich wollte irgendwas planen, aber irgendwie bleibt mir die Zeit nicht. Und außerdem plane ich momentan andere Sachen, die mit meiner Arbeit zu tun haben. Und da habe ich einfach den freien Kopf nicht, auch hier zu planen. Hier mache ich das wirklich zum Entspannen. Ich hoffe, ihr könnt trotzdem was lernen daraus, während ich entspanne. Ja, wirklich. Also ich nehme diese Rosenzeichnungen jetzt hier zum Entspannen ins Wochenende reinflattern. Weil das... Also was ich euch hier so rate, das finde ich immer sehr schön. Das mache ich nicht immer, aber es ist sehr schön. Immer in den Ecken, nicht die gesamte Fläche, sondern ihr sucht euch so ein paar dunklere Ecken aus, und die macht ihr noch ein bisschen dunkler. Das gibt so dem Ganzen so einen, ich sag mal so einen Halt, so eine Orientierung. Und hat was Künstlerisches. Das ist künstlerisch. Weil auf den Fotos hat man diese Ecken so in diesem Sinne nicht, aber hier. Genau. Und jetzt machen wir auch noch die... Ich möchte hier hell bleiben. Also so dunkel grün mache ich es nicht, wie es zum Beispiel in der Realität ist. Ich möchte das heller machen, also pastelliger. Ich hoffe, es gelingt mir auch. Und hier die Knospe. Die bekommt vielleicht ein bisschen mehr Kontrast. Die ist so... Die hat so innen, so diese feinen Schlieren. Einfach schön fein. Und den Stift, ihr wisst es schon, eines der wichtigsten Dinge beim Zeichnen ist, dass die Stifte gespitzt sind und man das auch wirklich auch ausnutzt. Also nicht aufdrückt, sondern fein zeichnen. Je feiner die Zeichnung, desto gekonter wirkt ist, finde ich. Das schaffe ich auch nicht immer. Also es ist jetzt nicht so, dass ich da... Ja. Also hier sind die Grüns nicht so toll, aber es kann sein, dass wir da ein bisschen mit... Ich versuche es mal mit diesem Grün, dass wir da ein bisschen mit Blau reingehen müssen. Ja, genau. Das nicht. Dieses Grün ist mir... Nein. Das meine ich gleich schon mal gar nicht. Das ist mir zu kalt einfach. Zu kalt wollte ich es nicht. Eventuell gehe ich aber mit so einem sehr dunklen Blau rein, damit wir den Schatten hier haben. Und so ein bisschen diese Kontraste. Seht ihr? Das so meine ich. Einfach so ein bisschen Kontrast reinbringen. Auch hier. So ganz leicht. Und mehr nicht. Ich würde wirklich diese Blumen... Wir zeichnen ja wegen der Schönheit und nicht wegen der Biologie. diese Blumen einfach möglichst fein lassen. So ihr Lieben. Das waren meine Stifte. Es waren nicht viele. Aber so ist es nun mal bei Rosen. Und ich hoffe, dass euch das gefallen hat. Bitte gebt mir einen Daumen hoch. Und bis demnächst. Eure Denny. Tschüss. Tschüss. Tschüss.